Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 22. Juni Die Liebe freut sich der Wahrheit. 1. Korinther 13, Vers 6 Was ist denn das, die Wahrheit? Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich kannte ein junges Ehepaar, das in einem Wüstenstreit auseinandergelaufen war. Jedes der beiden war voll mit bitteren Anklagen gegen das andere. Dann geschah das große Wunder, dass der Mann und die Frau jedes für sich zu Jesus fanden und sich von Herzen zu ihm bekehrten. Sofort war den beiden klar, nun muss unsere Ehe wieder in Ordnung kommen. Ich war dabei, als sie zusammenkamen. Das ist mir unvergesslich. Eines bat das andere um Vergebung. Jedes sah nun nur noch seine eigene Schuld. Da brach das Licht der Wahrheit durch. Jesus war mächtig geworden in dieser Ehe. Wo Jesus die Herrschaft antritt, da kommt man in das Licht der Wahrheit. Die ganze Geschichte war nun für die Augen der Welt keine große Sache. Die Zeitungen nahmen keine Notiz davon. Ja, sogar die Hausgenossen machten nur ein paar zweifelnde Bemerkungen. Aber die Kinder Gottes, in deren Herzen Gott das Feuer der Liebe durch den Heiligen Geist angezündet hat, freuten sich mit den beiden. Es gibt für ein rechtes Christenherz keine größere Freude, als wenn das Wahrheitslicht Jesus irgendwo in die Dunkelheit der Welt hereinleuchtet. Worüber freuen wir uns? Sind wir gefangen in unseren eigenen kleinen Dingen? Oder ist es uns eine Freude, wenn Jesus irgendwo siegt? Noch wichtiger aber ist die Frage, freuen wir uns, wenn das helle Licht Jesus in unser eigenes Leben hineinleuchtet und uns die Wahrheit über uns selbst zeigt, die sicher wehtut? Herr, gib uns Freude an jedem Wirken deines Geistes. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich.